Die Speicherung von Kommunikationsdaten ohne Verdacht auf Straftaten ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Das hat der Europäische Gerichtshof vor ein paar Minuten entschieden und damit die Europäische Richtlinie zur Sicherung von Telefon- und E-Mail-Informationen gekippt, fragen wir Udo von Kampen in Brüssel. Wie ist das Urteil des EuGH aufgenommen worden, auch wenn jetzt erst ein paar Minuten vergangen sind? Also man hat das Urteil erwartet, denn auch der Generalbundesanwalt hat ja in dieser Richtung schon angedeutet, dass es so kommen sollte. Man hat also damit gerechnet und das bedeutet jetzt hier in Brüssel für die EU-Kommission viel, viel neue Arbeit. Denn sie muss eine neue Richtlinie vorlegen. Das geht dann so, dass die erarbeitet werden muss. Da arbeiten die Experten schon dran. Das sind schon Vorbereitungen eben im Laufen. Aber das dauert eben, bis eben die neue Kommission eben auch Ende des Jahres eben im Amt ist. Und dann muss das eben auch durch das Europaparlament und auch letztendlich durch den Ministerrat mit zwei Drittel Mehrheit entschieden werden. Also das kann gut zwei Jahre dauern. Also da ist aber jetzt Bewegung drin und das deutet eben hier darauf hin, dass viel, viel Arbeit eben auf die EU und die Institutionen hochkommt und auch Streit. In Deutschland hatten sich SPD, CDU, CSU ja darauf geeinigt, zunächst einmal dieses Urteil abzuwarten, bis das entsprechende Gesetz dazu beschlossen werden kann. Wenn wir jetzt aber mal auf andere Länder in Europa schauen, zum Beispiel nach Irland, nach Italien und Polen, die haben ja Verbindungsdaten bisher für bis zu zwei Jahre aufgehoben, was jetzt nicht mehr geht. Sie werden ja die größten Konsequenzen ziehen müssen aus diesem Urteil, oder? Also das ist richtig und das ist eben innerhalb der EU unter den 28 Staaten ist dieses Thema heiß umstritten. Und da drängen natürlich eben die genannten Länder eben Irland und Polen darauf, eben möglichst lange zu speichern. Sie haben Angst vor Terrorismus, sie haben Angst vor Kriminalität, vor organisierter Kriminalität und gehen eben mit diesem sensiblen Thema, den Schutz der Privatsphäre, weitaus lockerer um, als es zum Beispiel bei uns hier in Deutschland der Fall ist. Allerdings gilt eine Mehrheitsentscheidung im Rat, zwei Drittel Mehrheit. Diese Länder können also auch überstimmt werden. Es ist ja schon ein bisschen seltsam, Udo, nicht? Über die massenhafte Speicherung von Telefonen und von Internetdaten durch die NSA haben sich die Europäer ziemlich empört. Aber diese anlasslose Vorratsdatenspeicherung durch die eigenen Behörden, wie wir sie seit Jahren erleben, scheint die europäischen Bürger wenig aufgeregt, ja fast kalt gelassen zu haben. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Ja, das ist richtig. Aber einen großen Unterschied gibt es doch. Denn eben die Inhalte der Internet-Messages oder der Internet-Nachrichten, die werden ja nicht gespeichert, sondern eben nur der Ort bestimmt und eben auch die Uhrzeit bestimmt. Und man kann also Bewegungsprofile da nachstellen, aber nicht die Inhalte werden ohne Verdacht eben gespeichert. Das ist ein elementarer Unterschied eben zur NSA. Und letztendlich zeigt ja auch, dass nun eben eine höchstrichterliche Entscheidung gefallen ist zu diesem Punkt, dass eben da doch noch eine Aufsicht besteht, dass da doch eben noch das Recht besteht. Und dass letztendlich auch in einem Streit, dass die Bürger klagen können eben gegen diese Praxis, dass sie dann doch Recht bekommen. Und ich glaube, das ist ein guter Moment eben für die Europäische Union, für die Mitbestimmung eben der Bürger an Entscheidungsprozessen, dass sie auch die Möglichkeit haben, über den Klageweg eben die Privatsphäre von Millionen Bürgern zu schützen. Udo van Kampen mit ersten Reaktionen aus Brüssel über das Urteil der Luxemburger Richter zur Vorratsdatenspeicherung. Danke nach Brüssel. Okay.